Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit der Tina im Duo gegen Drios auf der alten Map unterwegs und wir hatten eine super mega aufregende Runde. Ich war danach echt fix und alle. Warum und weshalb müsst ihr euch anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein, viel Spaß. Ach so. Ich will hier nicht lang. Hast du Schlange? Nee, ne? Ich habe Schlinge Schlange. Du auch. Kommt man von hier da ran? Nee, ne? Doch, theoretisch schon. Doch, geht's. Ja? Alice? Ja? Ich möchte nicht Kapelle. Ich meine, ich verweigere mich. Ich verweigere das. Ich schlingel. Ja? Du alter Schlingel. Du alter Schlingel. Zu pressen nötten, ich möchte da nicht hin. Oh Gott, Tina. Ach du Scheiße, bitte lass es Port sein. Port. Komm, lass uns da gucken. Port. Port. Jetzt muss ich den Bildschirm eben sauber machen. Gut, dass sie nicht weggeflogen sind. Sie sind voll über den Ast gelatscht. Mhm. Da bin ich über den Ast gelatscht. Hallo Patrick. Und da ist er nochmal über den Ast gelatscht. Es wurde mir zur Last gelegt. Sie hätten an den Mast gesägt. Da habe ich mich mit einem Quast gepflegt. Ich habe jedes Mal jetzt Angst, wenn ich durch den Busch laufe. Die erste Runde war ja echt... Ich war so schockiert. Mhm. Oh nein, Tina haben eine Befürchtung. Ich auch. Rennen wir rüber? Jetzt? Ja. Go. Oh Mann. Gegen drei wird er unten aber wirklich schwer, ne? Einer nach dem anderen. Will nochmal, wer hat noch nicht? Äh, äh, Gegner! Was? Wo, wo, wo? Vor uns habe ich Schritte gehört. Da drüben irgendwo. Ja, ich höre einen hauen. Aua, juckt. Der könnte jetzt schon hier in dem Gebäude da sein, da. Hattest du ihn gesehen, ne? Ja, ja. Ah. Der stand vor der Tür, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Anubis. Anubis. Aha. Wo? Kommt da von 9. Da drüben. Da geht die Heif auf jeden Fall. Da ist euch sehen. Ach du heilige Scheiße. Äh, die kommen. Ich schmeiß was. Ja. Ich hab ihn gesehen. Hattet? Ich muss mich heilen. Von links, Tina. 57 Meter. Der muss unten oder so sein. Ne, da hinten war er. Hast du gesehen? Und einer ist hier. Nice, Tina. Danke. Oh. Du kriegst dich da jetzt leider. Du brennst nicht, ne? Ne, aber du hättest Nekro. Ja. Das ist die Frage, überlebe ich, wenn ich runterhüpfe. Ich glaube, er kommt. Oh, ich muss mich heilen. Ich glaube, er kommt schon. Hat er jetzt? eines direkt über mir einer kommt zu mir ja ich kann dir gerade nicht helfen alles gut ich höre ihn und sehe ihn nicht doch ist es über mir da oben sitze sehr schön einer las noch im matsch oder? ja 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 der eine läuft im matsch gefährlich kann man durchgucken feuer kannst du mal ausgehen ich höre nix ich höre den oben drauf holz jetzt wieder matsch ach viel zu weit weg ok oh ich habe ihn nice dina das war es oder? ja 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 ich habe noch Weitwerfer ja nein oh was denn jetzt? was denn? achso ich wurde erschossen von wo? weiß ich nicht da drinne glaube ich pass auf ja das war ich option hoch joh ich doch joh 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 ja in jo joh 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 Oder der war unter mir, das kann auch sein. Der ist unter mir. Der ist unter mir. Ich höre gar nichts. Nee. Scheiß Feuer. Der geht bestimmt in einen anderen Kaki heben da hinten, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich versuche Negro, mir ist es egal. Warte, warte. Ich höre ihn. Ja, unter uns. Da ist er, da ist er. Ja, schieß, schieß, schieß. Ich kann nicht, der sitzt, also der sitzt hier. Oder? Komm da nicht durch. Pass auf, wahrscheinlich kommt er da durch. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Gleich hat er keine Muni mehr. Ich höre ihn. Ja. Ja. Das ist eine Nade. Nekro, ist der gerade? Keine Ahnung. Mach du auch, komm. Nee, er schleicht unter mir. Ja, er schleicht da, klar, aber du kannst mich doch nekronen. Ich hab Angst, dass der den dann nekrot, weißt du, wenn ich gerade nekro mache. Nee, er schleicht. Ich versuch's. Das ist noch ein anderes Team. Sieben Meter, das war der aber wieder. Ja. Er hat den hinten geholt. Ja, der Vollspaß. Brennst du? Nee. Nee. Da ist Feuer, dann zütt doch seinen Mäht an. Ach der brennt. Nee, der brennt nicht. Ja. 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 Ich denke... schön noch einer da man ja Jawoll! Nice! Alter Schwede. Oh Gott, was war denn das jetzt, ey? Das ging jetzt an die Pumpe. Oh, ich war so aufgeregt gerade. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Meine Maus geht nicht. Oh nein. Doch! Oh nee, jetzt hab ich den Bug. Aber looten gar nicht dich. Tina, das war ein anderes Team. Hier ist noch einer. Ah, Escape. Danke. Tina, hier ist noch einer. Was, wo? Ich höre Steps. Wie viele Leute haben wir denn jetzt? Drei. Nee, das müssen ja mehr als drei sein, oder? Nee, es sind drei. Nee, dann war es das. Dann waren es die Fensterläden. Ah, okay. Nee, warte mal, es sind vier. Eins, zwei... Dann hab ich doch vielleicht Steps gehört. Ich heil mich mal. Hier liegen vier. Ich weiß nicht wo. Hier ist einer. Ja. Dann liegt hinten in der Hütte einer. Neben dir lag einer. Also sind vier Mann. Und ich bin der Meinung, ich hab irgendwas crouchen hören. Sag mal, haben die zusammengespielt? Die müssen doch zusammengespielt haben. Wieso hat der nicht auf den geschossen, der unten drunter war? Oder es waren zwei Zweierteams. Das kann natürlich auch sein. Ich sehe aber nur drei, Jan. Ich weiß nicht, wo du vier siehst. Ich bin grad ein bisschen blöd. Eins. Zwei. Ja. Drei. Ja. Vier. Ach so. Oh, okay. Hier ist noch eine Kiste. Ja, oder zwei Zweier, ne? Das kann natürlich auch sein. Sorry. Hey, das war ganz komisch. Ich glaube, das waren zwei Zweier, die zusammengespielt haben. Weil die haben ja überhaupt nicht aufeinander geschossen. Ich kapier's gerade nicht. Ich auch nicht. Wir müssen wirklich ab, ey. Ja, gut. Aber hier wird keiner mehr sein. Die Bounty ist raus. Ja. Was ne Runde, ey. Fängt der schon gut an. Ich würde tatsächlich nochmal sicher gehen und würde den ganz gern verbrennen, den ich zuletzt erschossen hab. Sicher ist sicher, oder? Ja, mach mal. Rennt. Okay. Alle abfackeln. Ja, eigentlich müssen wir alle abfackeln, ne? Haben wir nochmal Feuer? Ey, das war mega strange jetzt. Vor allen Dingen, er hat da hinten mit seiner, was auch immer das ist, Centennial ist es, geschossen und der saß hier die ganze Zeit runter. Und der hier gehörte safe zu dem da hinten. Weil die zusammen hier hinten waren vorhin. Und dann kam auf einmal der hier mit seiner Centennial und da hinten kam halt noch einer. Das heißt, sie müssen zusammen gespielt haben. Hm. Also einer scheint da oben drin gewesen zu sein, oder was? Ja, ganz am Anfang. Mhm. Ja? Okay. Ja, gut. Naja, lass uns, ähm... Keine Ahnung. Ja komm, scheiße. Wir haben kein Feuer. Ich würde nochmal beim Wagen vorbeigehen. Hast du ne Sticky? Mhm. Ja. Ich kann aber nicht rein. Oh mein Gott. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ah, der war zu nah an mir dran. Mhm. Die sind Punkte? Ja. Hab ich mich schon gesehen von wem. Ich hab gar nicht guckt, ob's rot war. Du? Doch, hab ich es weiß. Ah, okay. Kann man den dicken hier reinlocken, ja, ne? Ja, müsste eigentlich gehen. Kommen sie mal mit. Ich hab was für sie. Oh, falsche Seite. Aber ob der da durch die Tür kommt? Aber ob der da durch die Tür kommt? Er läuft ja nicht weiter. Ich wollte ihn einfach zum Fass locken, weißt du? Mhm. Ja? Ja? Niemand? Hab ihn! Und hier ist ein Säckchen, Tina? Yay! Nee. Hauptsache, er hat einen Fuß und eine Hand verloren. Ach so, warte. Bitte holen Sie das Bounty! Das Bounty möchte abgeholt werden. Im Bellabod. Im Bellabod, genau. Gigi, kannst du deine Kills mal speichern? Gigi, jo. Ja, es war ein einzelner. Ah, ja. Steiner97 TwitchTV. Ja, ähm, für unsere Verhältnisse ein ultralanger Fight. Ähm, wirklich ultralanger Fight und super, super spannend. Ich war danach so kaputt und fertig einfach, weil mich das, ähm, ich wollte das einfach nicht verlieren. Und ich war mir dann so unsicher am Ende, ob die nicht geteamt haben, weil das war schon echt komisch. Aber ich glaube, der Typ, der ganz hinten saß, ähm, wo ich so einen verschmitzten Blick hatte, was ich euch groß gemacht hatte, ähm, der war solo, weil die anderen, die müssen einfach zusammengehört haben. Das war irgendwie mega strange, ja, ähm, wären das zwei Zweierteams gewesen, hätte ich gesagt, absolut Teaming, aber so nicht. Ähm, das habe ich nur im Spiel dann überhaupt nicht verstanden. Ähm, ja, war krasse Runde. Ich kriege die Kills alle gar nicht mehr zusammen. Das war irgendwie richtig heftig. Der eine, der, der hinten die Leiter hochgeklettert kam und dann da oben geschlichen ist und Tina um die Ecke gestraft ist und den weggemacht hat, hat sie sensationell gemacht. Auch mit der, mit der Nate den einen, den hat sie richtig gut geholt, dank Weitwerfer. Hätte sie Weitwerfer nicht gehabt, hätte sie ihn gar nicht gekriegt. Und der Typ, der unter mir saß, ich hatte mega Bammel, ähm, Tina zu Necron, was A daran lag, dass ich dachte, er Necrot vielleicht die Lulu oben, die neben Tina lag. Oder der erschießt mich durch die Decke, weil da hat ja Tina auch durch die Decke oder durch den Boden erschossen. Nicht durch die Decke. Und, ähm, ja, das, das war eine schwierige Situation. Und dass sie dann halt direkt geholt wurde, als ich sie genecrot habe, das war halt super ärgerlich. Dass da noch einer mit der Centennial außerhalb saß, das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, das wäre tatsächlich nur noch der eine. Ja, und das Ende ist halt, habt ihr gesehen, das war ein bisschen glücklich auch, dass ich da um die Ecke gekommen bin und den Typ mit der Centennial weggemacht habe. Der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da um die Ecke komme. Ja, und der andere, den habe ich hinter so einem Gitter halt gesehen, habt ihr ja gesehen. Das war, naja. So, ähm, das Video kommt am Freitag. Heute Abend ist unser Freaky Friday. Den dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und morgen Abend ist mein fünftes Hand-Showdown-Turnier. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, einfach 19.45 in Teams bekommen, der unten verlinkt ist. Genauso wie Game.de, die haben wir nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt. Oder, ähm, einfach Stream gucken abends. Ähm, ab 19.45 geht's los, da erkläre ich dann alles. Und dann könnt ihr einfach so mitmachen mit eurem Dreierteam. Ich brauche keine Anmeldung, ich brauche gar nichts. Ich brauche nur dann am Ende eure Fotos von den Runden. Aber wie gesagt, guckt es euch im Stream an, ähm, dann wisst ihr mehr. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, im Großen und Ganzen war's das. Denkt an meinen Discord. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder, pünktlich, um 9.30 Uhr zum nächsten Video. Ne, das stimmt gar nicht. Heute Abend sehen wir uns. Ich hoffe, ich sehe euch alle in meinem Stream um 19 Uhr. Quatsch, nicht 1945. Das war am Samstag. Um 20.30 Uhr geht's los. Haut rein. Tschüss.